Hallo Leute bei einer weiteren Hallo Wer heißt das, was talken wir nochmal? Hallo Kitty Online Ja, Hello Kitty Online Ok Ein Tutorial Ein Sky Sergeant, das sieht du scheiße Scheiß Kitty Sky Sergeant Lass mal links hier Müssen wir nicht Wollen wir erst da oben oder erst? Oh, wir müssen es näher, ne? Oh, los Scheiße Tja, ich wollte erstmal wegschneiden Oh, alle kennen auf mich Ich glaube ich habe jetzt zwei Dunkelkatzen Drei Dunkelkatzen Das läuft nicht so ganz geil bei mir Ich bin tot Ich konnte mir erst passieren Zwar noch nur drei Dunkelkatzen Und nur wieder ein Ich hab's! Ja Ich tot Was ist ein Lauf? Aber ich hab das gekriegt Es bringt uns ja vier Beziehungsweise wir Ich wollte nicht mehr zu den Katzen gehen Katzen war das ja nicht Jedoch Katzen und die ist komisch nicht Nee Ja Ich hab's mit, hast du's auch, oder? Nee, ich war doch nicht Ich wurde nach unten geschleudert und dann war ich Wurden 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 Du musst nach rechts Bei mir wird Wir haben gezeigt, dass mein nächstes Ziel Ja, weil ich muss nur das Ding holen Wurden 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 Man schaut einfach wie so ein ADS geht darum zu rennen Ja, das ist doch genau da wo ich bin Nein Nein, Güte Es wird rechts angezeigt Wenn die Karte steht Dann geh doch einfach rechts Ich bin da Da unten liegt Scheiße Wer ist sicher? Ja, wo rennt sie so los? Du hast wirklich keine Ahnung, wo du hinrennen musst, oder? Doch Da kommt Da kommt Ich komme von oben Ja, wie, du musst sie auch kennen Nein, ne Nein Wie soll man das machen? Okay Wie spielt man denn in einen Kampf? Ah Viel Spaß Fertig ich bin mir auch schuld doch mal an einem Kampfschwer sollte man kämpfen wir sind so eine Vermutung wo kommt ja ich alle her ja weiter sind 20 Stück ja wo bist du für den Apfel ja dann komm noch das wäre es nicht jetzt wieder neu kaufen sie wird es gekauft so ja dann greift sie einfach an und lockt die Weg du hast das hier eh schon warum rennt sie nicht einfach rein habe ich schon probiert habe ich gerade gemacht okay dann los ne doch vor das wird sie einfach weg nach rechts oder so das ist die Mischung okay es wird durch ich denke mir immer noch nicht dann du hast die 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 auch ich kann ich wieder belegen was für die so hat man gesehen wie man schön spielt auch auch noch eins müssen wieder durch Nö, wir sind so auch vor. Wieso? Weiß ich nicht. Du bist hier doch der Tjank. Ja und, das bringt mir gegen 80 Leute auch nichts. Kann sich auch nicht schnell, ne. Gleichfalls. Guck, du hast da ab. Wie sollten dein Punkt kommen? Ah, hilf mir. Was? Na nö. Warte, bist du tot? Ach so, dass du noch nichts vergoldern kannst. Oh, du hast doch ein Wollmann. Und schon hab ich Jago. Ah. Guck, war doch ganz einfach. Irgendein Typ ist da durchgerannt. War schnell da durch. Wir müssen doch hier lang, ne. Glaub ich. Oder nicht. Sag ich hab ich festgelegt. Oh, oh! Scheiß, mach auf, bitte! Ich kanns. Hast du? Ja. Geil, ich hab's auch. Oh, oh! Ich bin hier mitten drin, da rennen irgendwie alle dir hinterher. Ah, nein. Jetzt sind sie wieder hinterher. Wieso musst du denn da hinterher? Nein. Ich werde ein bisschen mal leben. Ich bin tot. Wir müssen jetzt nochmal hinrennen. Ja, wir müssen nur durch. Wir müssen die Wette sterben lassen und nur durch sprinten. Die Wette. Ja, scheiß mal Wette. Sklaven hier mehr. Besser als wir. Also besser als ich auf jeden Fall. Fick dich. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin so schnell wie die Tiere. Ich glaube, mit denen. Die Begleiter. Oh, nö, ne? das ist gut die Antio wieso was was anderes um jetzt habe ich für eine Stunde lang doppelte Angst kommen ich bin der Tür aber scheiße wieder hoch auch schon spiel zu so viel was gelten geht die Linz links von Euro weil ich in der Welt der Film die Ostschaft ein Volk aus der Verbrechung was soll mir und umsagt Taube von uns stuhr ein Gitter die Schaffung Puschelser Warte auf mich Ich bin beim Story-Bereich von dir mit Das ist keine Story Ja komm, das ist Gruppenaufgabe Hallo Ich dachte jetzt so Das müssen wir nochmal machen, weißt du Nein, nein Das ist nur das Das ist halt nur wir hier rein können Hier kommt noch gleich ein richtig fetter, weil ich sag's dir Ah Was soll ich hier das machen? Hier müssen wir irgendwas, ne? Meditieren oder so meinte die Meditieren Aber wie soll ich denn das? Aber wie soll ich denn das? Was für eine Bestie? Okay, wir müssen eine Runde Ich mach mal der Stärke Ich hab gar keine Ruhe Das war nicht die Richtige Okay Wie machst du das? Warte Das war nicht die Richtige, Runde Ähm, wenn du auf Inventar gehst Steht neben Inventar Missionsgängstände Mach mal der Macht Macht Okay, das war das Richtige Macht Erstes Leidenschaft Dann macht Zweite Freiheit Oder Macht Das war Stärke Das war Stärke Und jetzt? Ich brauch noch irgendwas Macht, oder? Ja, macht Macht Und jetzt Freiheit Ein Sieg Ein Sieg Okay, dann Sieg Durch Macht gehört Gewinnt man Siege Und durch Siege gehört Kriegt man Freiheit Ja, ja Hör, wie? War nicht die Richtige? War Freiheit das Richtige? Freiheit ist das Letzte Ah, hab's geschafft Ich aktivier's mal Woah 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 Ah Geh raus Warum denn ich? Junge, du musst auch kämpfen Ich hab die Antwort Benutz die Medikichs, falls du nicht Ja Der ist grad auf meiner Wette Jetzt ist auch zu mir Wie besprochen Hau dann einfach ab und benutzt die Medikichs Aaaaah Mach doch nicht weg, Junge Ich hab also was euch gesagt Boah Kerla Ich kann aber keinen Angriff machen, wenn du wegrennst. Ja, soll ich sterben oder was? Warum hab ich denn die Aggro? Ich hab die Aggro! Heil dich! Heil dich! Hab ich schon! Werf, mach die ultimative Schläge! Kann ich sein! Ich hab das! Oh mein Gott, die schocken meinen Kappen! Okay, bin tot! Nein! Steff an, Digga! Steff an! Und was haben sie? Geil! Bist du willkommen? Ja! Ja! Seid ihr gut? Sind ich für mich! War schwere Rüstung? Ja, verkackt! Ich hab doch gesagt, du sollst! Stand aber nicht! Das ist ja immer! Wenn du auf die Beschreibung gehst! Oh! Na ja! Seid ihr wenigstens gut? Nö! Aber wo kann man gut brauchen? Ich hab eh voll geile Stiefel bekommen! Die Stiefel sind 34! Werden also genauso gut wie meine! Äh, du guck schon wieder auf den Wert! Oh, warte, warte! Du musst auf die Rüstung! Weiß was? Ich geh da jetzt nicht nochmal durch! Ich geh da jetzt nicht nochmal durch! Ich sag jetzt nicht keinen Fick dich und nicht für unsere Schnellreise! um und Kostmann und was sind da wurde wurde die Mission abgeben müssen schnell reisen endlich machen haben die Gegner gepackt die ganze Welt wegrennen hier bei mir ich bin bei der Mission ja sag mir leider nicht viel ganz kurz warten und bist du ich bin im Taxi Alter er wird ganz wunderbar wie lautet der Bestimmungsort genießen Sie Ihren Aufenthalt warte mal auf mich dass das geil wäre nicht so viel ich einfach mal vor dem Gleiter schlagen ich bin weg ich bin aber ganz schön lange du mein Gott du brauchst es auch immer lange wo bleibst du ich bin weil wir sind hier wieder neue Missionen kommen oder das sind das ich bin weiter wirsten also ich war auf der anderen Seite des Stummelts kann man so sagen ich bin da und was sie sagen wird erfahrt ihr in der nächsten Folge also ciao Leute haut rein